Deutschland im Ausnahmezustand Bundesweit begrüßen die Bürger Millionen neu ankommender Flüchtlinge wie Popstars So auch in Dürnlingen Das ist fast wie bei den Beatles früher. Toll! Mensch, geh mal weiter. Aber ich wollte doch zum Fußball. Nee, nee, nee. Das ist richtig. Da braucht's gar nicht warten. Da kommen keine mehr. Ja, wieso? Ist denn der Krieg in Syrien schon aus? Das nicht. Aber der will den Bundestag. Gott sei Dank.